Guten Morgen, ich bin jetzt am Donut essen. Joa, Leute, heute Morgen habe ich ja schon gezeigt, dass ich Donut esse. Es ist jetzt abends, irgendwas mit 21 Uhr. Und, ja, Katja und ich gehen jetzt zum See. Wir sind hier am Campingplatz. Uh, da hinten ist er. Wir müssen jetzt mal so rum und jetzt so. Jetzt sind wir zum Sonnenuntergang. Gut gemacht. Ich glaube, der ist man. Ich zeige euch jetzt aber nicht den ganzen Weg bis dahin. Und, ja, wenn du in den Ferien wieder mit mir hingehst, dann gehen wir wieder zu der, zum Bad, wo die, äh, Stoffe hier an ist, ne? Jo, machen wir. Wuuuh, ich habe mir gedacht, dass ich euch doch den ganzen Weg mitnehme. Weil es nicht so weit ist, dann muss ich jetzt einfach nur die Straße an. Und da vorne ist unter Kerbung und da brennt man. Da ist ein Froggy. Und da ist ein Nacky-Wubel. Ein Nacky-Wubel. Und da, da sieht man es, dahinter ist der Sonnenuntergang. Katja, der geht schon runter. Und, ja, ich habe jetzt die Pinkebüsse von meiner Schwester. Und damit komme ich jetzt nur in der Herzen. Schau, das geht noch kurz in Spanien. Wuuuh. Hier, und jeder guckt mich an. Ich weiß nur, ob sie liegen, weil ich nicht gucken kann. Da ist der Weg. Das ist die Kerbung. Wo ist rein? Da kommt was auch entgegen. Wir sind zu spät. Boah, wir sind zu spät. Es spiegelt sich nur noch auf dem Wasser. của Gottes Willen. Untertitelung des ZDF, 2020